das kippst doch nicht man ja hallo willkommen zurück ja dark souls 3 ich habe letztens meine seelen verloren die will ich zurückholen dieses dingster was auch immer keine ahnung was das war aber ich hatte doch irgendein wappen glaube ich noch das fällt mir gerade ein dass ich zeigen sollte es mir aufgefallen als ich das ding gesehen habe ich weiß nicht ob es das war aber ich habe doch mal wenn es ja eine frau der kirche wo ich auch das ding bekommen habe irgendwie wappen bekommen genau genau ach außerhalb des haupttors kann ich das unendlich offen nutzen oder wie oder was keine ahnung hey dankeschön franken oh danke kann ich hier runter ja kann ich cool wie bequem darunter kann ich aber nicht alter das platz misst die tschuldigung ja schön guter ideos stein hey alter wo kommst du denn her ja einfach vorbei rennen bei rennen habe ich gesagt irgendwie versuchen die seelen zurückzubekommen ja okay weiter vor weiter vor ich gehe mal ein bisschen weiter vor was ist das für ein viel überhaupt was ist das für ein viel überhaupt okay warte mal moment ich glaube es zurzeit euch das ding zu zeigen was ich bekommen habe vorhin äh was heißt hier vorhin vor ein paar tagen mit dem ein lostrig gritter da und zwar ach ja ich habe oh ich habe allerdings noch ein weiteres angeschafft bekommen vom parieren töten und eine leichte armbruch noch mal das ist der coole schild den ich unbedingt haben möchte da braucht allerdings also ein stärker zu boot glaube ich ist das ja ein stärker zu boot 18 allerdings gibt er mir allgemein mehr schutz hat mehr schutz hat mehr haltbarkeit verbottheit meine ich ist aber ein bisschen schwerer aber gibt mir allgemein mehr verteidigung genau habe ich eigentlich doch was kommt ja ich glaube das habe ich noch zu kommen das hingest doch besser naja einigermaßen habe ich noch nichts bekommen die da habe ich noch neuerdings kommen oh die geben mir mal schutz so nach einem piepton später ja ich habe ja vier rosen des deserteurs und großen die mir mehr schutz gegen kälte bringen und allgemein ein bisschen mehr schutz geben kann ich die wie kann ich die auswählen schauen wir mal weiter ich habe ein paar standard bolzen ein paar ringe da ist nichts neues da blaue pfad äh habe ich hier was ein paar bomben glaube ich äh ein paar seelen vielleicht noch und sonst ist nichts neu jetzt dabei ja ok die hosen wie kann ich die auswählen woher ooooh wie schön oh wie jetzt die sohlen glänzen wenn ich die wieder rumziehe mhm ok ja aber das ist ja wohl mal voll hübsch schlank und glänzend oh gefällt mir kann ich noch gut rollen eigentlich scheinbar wenn ich jetzt die rosen wieder wechsel es gibt scheinbar keinen unterschied sehr gut dann wechsel ich mal zu dem rotdreck losdreck der gamaschen da bin ich doch langsamer okay genauso schnell gut lustre kräver gamaschen äh habe ich den da schon gekillt nein habe ich nicht nicht in dieser welt so sehr gut äh der ist dort den möchte ich jetzt nicht wieder kühlen mit der kommen gehe ich lieber hier hin naja irgendwie habe ich das gefühlt dass 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 dieser boss eventuell äh was gegen feuerbomben hat keine ahnung nicht da komm her toll da komm ich die topi power range of a naja da auch schlimmer sein können so hoch spring doch nicht auf du spring sag ich du bist dort du bist dort maatsbekommen du bist dort so dann wir sind es weiter hier geht es weiter ne hoi dann war hier ah hier sitzt da habe ich den vorher nicht gesehen äh dann durchrennen diese pickel gesichter später beachten äh Pickelrücken später beachten hinnehmen und keine ahnung beten kann ich eigentlich ich ah nein ach komm kann ich endlich parieren ich weiß nicht ich weiß nicht ach komm das sehr gut sehr gut weiter so ich denke es sind es wir alle aber okay Hey, daneben, hey! Yo! Was geht mit dem ab da? Kann ich parieren? Ach komm, ich versuch mal, ist das was? Wo? Wait, what? Wait, what? Ähm... Ähm, wait a second. Oh. Ja gut, ich glaube, ich hab da gerade was Interessantes gefunden. Hm. 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 Mann, visier den doch an. Nee. So. Was ist das? Ja. 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 Ja, ja. 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 Kann sein, dass ich die Folge kürzen werde. Oh! Oh! Was geht mit dem ab? Hey, deswegen wird der jetzt gehen. Frostate, was, bist du ein Drache oder so? LOL, verhaut. LOL, verhaut. Was? Ui... Ja, äh... In der nächsten Folge kriege ich ihn bestimmt.